Jetzt Applaus, jetzt kommt er, der Winner, der Schnellste, die Nummer 1, die Startnummer 2.561, jawohl, hoffen auf 2.05. Das ist das. Der Martin, Martin Zatzky, im Vorjahr die Nummer 1 und heuer auf der etwas längeren Strecke, Martin, ebenfalls die Nummer 1, Martin. Ja, immer wenn du antrittst, bist du ganz vorne dabei. Heute wie war's? Wunderbar gelaufen. Die Nummer 2, Alvarez, die Sieger der Jahre 2013. Aber Alvarez war der Erste, 2.14, 2.15 und die Nummer 3, der Jan Ascher. Also, das sind die bekannten Läufer hier in dieser Region auf Rad 4, die Startnummer 1.573, der Mann mit der Brille. Auch er kann zum Frieden sein.